Sooo, da sind wir wieder... Hier... Ach ja... Ich sag, du wusstest nicht mal einen guten Abend hierher schaffen, sondern nur so... Ganz einfach so... Hohoho... So, jetzt waren wir bei... 8... Das ist... Das ist 9 und drunter... Also kleiner gleich 9, besser gesagt... Pam... So... Das ist der Geist im neuen Gebiet und willkommen nur... Äh... 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 Super... Dieses Miesch... Ich weiß gar nicht, ob ich in dem einen Run, wo ich... Bewusst... Auch ein Tausender an Safes jetzt genommen habe... Ähm... Für den hier schon Gold hatte... Ich glaube, da hatte ich auch irgendwann die Lust verloren, weil es irgendwie... Ein Ding der Unmöglichkeit für... Äh... Für einen Normalsterblichen ist... Habe ich zumindest das Gefühl... So... Schön abspeichern... Hier muss man auch erstmal drauf kommen... Im Laufen mit der Spitze... Ein Schlüssel... Der allerdings... Nicht... Nicht... Nichts... Besonderes öffnet... Sondern sich nur eine Abkürzung... Weil man sieht... Man kann auch hier von... Hier unten... Die Tür... Führt genauso zum Treppenhaus... Einen ersten Stock... Aber... Wenn man die Tür dann hier... Hier so nimmt... Äh... Hat man... Ein bisschen geringeren Weg... Weil sonst müsste man links an den ganzen Flur vorbei... Und dann nochmal über... Quer durch den ganzen Garten... Und das wäre mal ein bisschen... Äh... Das ist unoptimal... Was ist das überhaupt? Was sagt dir der Uchi dazu? Mein Bruder durfte in der Lage sein... Das hochzuheben... Sowieso... Mario ist der Best... Nicht ganz ungefährlich... Aber... Aber... Nicht sonderlich... Interessant... Ich bin hier schon... Was sagt der hier dazu? Ich sollte wirklich mehr trainieren... Vielleicht sollte ich ein paar zusätzliche Trainings-Einheiten haben... Aber wenn ich schon mal hier bin... Zusätzlich? Dann machst du denn du Trainings? Barriere sind nicht so mein Ding... Aber... Luigi... Du machst doch bei... Dingsbums hier mit... Mit dem komischen Fahrrad-Spiel hier... Ich bin's... Oh wie es kann... Äh... Es gibt doch die ganzen... Gibt es nicht irgendwie so ein spezielles Fahrrad-Spiel... Für die ganzen Schaufen weiße Nintendo-Charaktere? Ja... Top... Wo ist er jetzt? Äh... Musikzimmer... Begras mal... Njet... So... Willkommen in Flur... Wo das Licht noch an ist... Einfach mal durchgehen... Mal schauen... Mal klicken... Genervt... Dankeschön... Naja... Lamba... Achja... Machen wir's einfach noch mal... Mario! Mario!! Das war's für heute. War das zu Sacke? Ich muss nicht webern, warum immer measurementsiert werden soll. Wegh! Was weiß w老師? Hör im Lärm?! was tut es auch was haben wir denn hier als stop alt stopp ein glück habe ich euch speichert so hier noch das geld ein gesorgt haben ganz schnell erst mal den decken einsaugen die klammer fiel ich ja nicht viel lebens hier kommen wir nicht ran hier bist du auch noch mal reingucken normalerweise sollte sowohl im schubladen hier links und dann noch mal in dieser box die jetzt gerade aufgeklappt ist noch was drin sein also könnt ihr euch wirklich mal merken habe ich glaube ich schon mal gesagt wenn ihr irgendwo hier schubladen öffnet da ist nichts drin geht einfach später noch mal rein und öffnen wir noch mal dann ist die chance wesentlich höher dass so was drin ist was natürlich noch gefehlt hat ist eis deswegen kam auch der kühlschrank eine eismünze was hast du denn da gefunden lass ich mal einen blick drauf werfen ach das ist ja es ist schon wieder so eine komischen rundes ding ja davon hast du auch schon zwei also meine scheiß kohlenzellen scheiß demenz was ist ein eis element wird sagt wusste es doch nun kannst du eins einsetzen eisgeister findet ausschließlich an einzigen plätzen you don't say am besten du suchst in kühlschränken und in ehrlichkeitenorten meine forschungen haben ergeben dass sie sich zeigen sobald man sich in der die älteste um eiskristalle auszustoßen hat den geister eingesaugt hast wenn du die älteste vollständig drückst du einen großen eisbatschen ab wenn wasser ausreichend gekühlt wird gefriert das nicht wahr ist ja kein eis ausgestattet war gegen wasser eingesetzt hat gegen wassergeister beispielsweise ach selbst ein heißes bad wäre nur gefroren wenn es auf diese weise verheißen würdest du das schon bald feststellen welch praktisch das item du in kölnort gefunden hast spoiler auf den nächsten geist denn wir haben ja kein schlüssel bekommen und es gibt okay es gibt hier oft noch ich wollte gerade sagen es gibt nur eine offene raum aber es gibt vier wochen wir wahrscheinlich in diesem kapitel wenig ja es sind eher wenig schlüssel also viele räume kommen da nicht mehr als nicht alle räume hier das was close my friend so dass mich was hier wasser oder feuergeistern ja das war klar dass wir das machen gehen wir erst mal zum zweiten wach oh hallo schöne frau was ist denn hier ja ich werde mal gucken was ihr sagt wie wohltun eine kochenheißdusche nein 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 das darf doch nicht wahr sein was ist denn heute los heute ist doch der wurm drin ich mach gleich mal Hachi warum springen die geister so schnell weg Ja, ich zieh einfach irgendwie nichts ab. Das war kein Wunder, dass es jetzt nicht ging. Ja, warum nicht? Oh ja. Es ist doch nicht zu passen. Ey, das war doch so super. Ich hab dir sonst wie viel abgezogen. In nichts, in keiner Zeit hab ich dir fast komplett aufgesagt. Wieso kann die dann auf einmal weggehen? Das darf doch nicht wahr sein. Was macht die denn? Oh ja, ich zieh einfach nichts ab. Ich zieh einfach nur in einer Schritt und so. Ist ja nicht so, dass ich genau in die entgegengesetzte Richtung drücke. Nein, nein, nein. Sorry, bin ich gegen das Bild vorgekommen. Wuuuuh! Das ist soft. Das ist soft. So lahmarschig! So lahmischig! Ich versteh die Logik des Spitzes nicht. Ich hab der was weiß ich wie lahmarschig jetzt das abgezogen und der ist einfach die ganze Zeit geblieben. Warum? Warum? So für wer ist das jetzt der Schlüssel? Da unten. Ach ja! Noch ein ekelhafter Geist. Aber richtig. Da werd ich mich auch wieder tot ärgern. So. Vielen Dank für Ihre Strände. Ich krieg die Krampf im Zeigefinger. Vielleicht die ganze Zeit so krampfhaft den... Ach komm hier, stopp. Vielleicht die ganze Zeit so krampfhaft den die... R-Taste. Das ist halt doch. Oh Gold. Geldgold. Goldiges Geld. Geldiges Gold. Ein bisschen Kuhpapier. So. Voll abgezogen. Wenn man hier übrigens dran ziehen würde, würde man auf Dauer Leben verlieren. Also das springt dann irgendwie zurück und dann gibt man so rum. Ist blöd. So. Was sagst du? Hallo? Ach was für ein puttiges Männchen, ob ich hier im Spielen sollte. Noch vorher gucken wir uns nochmal an, weil ich muss meinen Zeigefinger nochmal entspannen. Schattendürfen des Friedhofs, Herr Fünsterling. Keiner? Drei Fragezeichen. Altjahre. Das Produkt der negativen Energie der Villa. Doch er selbst weiß nicht, wohin mit dieser Energie. Muckibudengänger. Mr. Astral Universum. 26 Jahre alt. Der Fitness-Fanatiker steht auf Muskeln und Lilien. Warum Lilien? Nun, sie symbolisieren Reinheit. Muss man nicht verstehen. Badeschönheit vor dem Petonia. Keine Ahnung wie viele Jahre. Herr Schweinchen. Vor sechs Jahren wurde sie viel zumindest astral. Doch sind die Model-Aufträge in letzter Zeit eher mau. Tja, man könnte jetzt kein theoretisch zu lange nachsuchen. Müsst ja nicht irgendwo auch mit Käse-Stückchen sein. Ein Käse-Stückchen? Nein? Ist hier vielleicht was dran? Nein. Sorry, dass ich das in der Aufnahme machen muss. Ähm, da. Denn ich muss mal kurz nachgucken.